Herzlich willkommen in der Klosterbräu Gaststätte Zwiefalten. Bei uns können Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen. Wir bieten Ihnen schwäbische Spezialitäten, fangfrische Achforellen und Wildgerichte von unseren Jägern aus heimischen Wäldern. Zu dem leckeren Essen bieten wir Ihnen herrlich frisch gezapftes Zwiefalterbier der Klosterbrauerei an. Sie können Ihr Bier auch selbst zapfen. Bestellen Sie das urige 5 Liter Holzfass und ein Männerabend wird unvergesslich. Für Familienfeiern oder Busgruppen sind unsere Räumlichkeiten bis zu 250 Personen hervorragend geeignet. Im Sommer haben wir zusätzlich noch einen Biergarten, der Platz für ca. 100 Personen bietet. Sehr gerne beliefern wir Sie auch zu Hause mit unserem Partyservice. Sie können nach Anmeldung die Brauerei besichtigen und das überwältigende Zwiefalter Münster sehen. Außerdem finden Sie in Zwiefalten traumhafte Wanderwege für trainierte Wanderer als auch für Familien mit Kindern. Petra Strauß und Markus Spieß mit dem gesamten Team der Klosterbräu-Gaststätte würde es freuen, Sie als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Und dann versuchen wir zum Beispiel bei uns zum Beispiel beim nächsten Mal. Puis zum nächsten Mal. Vielen Dank.